So meine lieben Leute da sind wir wieder moin moin und wir machen weiter mit Uncharted. Unsere beste Hälfte ist dabei, unsere gute Frau die uns gerettet hat und jetzt müssen wir noch unseren Bruder befreien. Obwohl er ein linker fieser Typ ist, wollen wir natürlich dass wir ihn irgendwie auf irgendeine Art retten können. So. Oh wie sollen wir da hochkommen? Das sieht gut aus. Aber wie kommen wir da hoch? Hier. Achso, ich wollte mal kurz hingucken, sagt er. Ja, machen wir. Hier, komm her. Huf. Perfekt. Ab dafür. Und hau die Leiter runter. Danke. Okay. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja, aus der Luft. Nicht unglaublich, oder? Ich hab nur noch alles hingesehen. Ich wollte vor allem dich verhalten. Klar. Weil du mich liebst. Komm rüber, ich bleibe mit den Autobesonden. Ja, du kommst hier oben längst zu mir. Noch nicht? Ah, warte. Da ist dein Auto. Wir müssen nur da hoch. Schaden leer. Ja, was meinst du? Wo lang? Ah, sehen wir uns um. Okay, da kommen wir. Okay, wir springen runter. Dann machen wir das auch. Hier können wir längst. Und da gibt es bestimmt so einen kleinen... Da ist ein Baumstamm. Können wir irgendwie hochkommen? Warte mal. Ist hier noch ein Weg, dass ich da hochkomme? Das ist zu hoch. Okay, warte mal. Da ist der Baumstamm, von dem man bestimmt klettern kann. Und wir können da irgendwie hochkommen. Ja. Warte mal. Los, komm her. Da krieg ich dich hoch. Super. Zack. Sollte easy sein wieder. Oh. Oh, die Leute hält mich so richtig. Das bricht sich schon ab. Oh. Hey, meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Äh. Hey, hier oben ist ein Weg. Dann geh mal längs. Da drüben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was brauchbares findest. Yep. Hey, ich habe hier was. Warte. Warte, ich kann ein Ding holen. Ah, es geht da, hier längs. Okay. Ach, warte, ich kann ein Ding holen. Okay, ah, jetzt weiß ich, wie ich hinbekomme. Okay. Okay. Warte mal. Warte mal, ein anderes Idee. Da flaschen. Ja. Ja, wir sind hier. Okay. Warte mal, auf die Flakilx. Okay. Okay. Warte mal. Uh. Das ist das, was wir jetzt haben. Warte mal. Ja. Oh, das ist der Warte. Sehr gut. Schön mit dem Pickel. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Super, nicht so eine Frau zu verarren. Gut. Los, wir sehen uns drüben. Nicht vor. Nein, nein, nein. Alles klar. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch, hier hochzukommen. Ja, ja, verstanden. Warte. Nicht rüber? Ach gut. Nee. Nee, doch, die ist auch nicht los. Hier drüben. Ja, ja. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Meine, wer weiß, ob hier jemand... Oh, wow. Funktioniert. Das ist doch so geil, ne? Jetzt mal schön labern. Nach oben? Na, warte. Ah, ich kann hier hinten längs. Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Boah. Ich wollte eigentlich nur da oben mich ranschwingen. Das ging mal nicht. Nein. Ich habe doch den Knopf gedrückt. Nicht. Ich habe doch den Knopf gedrückt. Habe ich ihn nicht gedrückt? Ich glaube schon. Aber wir werden auch hier längst gehen, wenn wir da. Oh mein Gott. Hey! Ja, ja. So, warte mal. Das sieht so aus, wir werden auch hier längst gehen, oder? Guck mal, die Zweifel ging erst mal hoch. Ja, aber ich kann mich irgendwie nicht dran machen. Oh, Alter! Oh, da ist jemand. Doch, ein bisschen Munition. Ich hab mich fast gekillt, der Affe. Fahr weiter oben, können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Da. Huiiii. Hoch da. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Sie ist auch so eine geile Kleidermaus, ne? Unser dem Ball. Oh, verstecken. Schon allein. Die haben dein Auto. Genau, genau. Ist es ihr Auto. Ja, stimmt. Ist es nicht laut. Okay, lass uns wiederholen. Wir können nur hier runterrutschen anscheinend. Was immer würde. Bleibt wachsam, Leute! Moment mal. Scheiße. Was war das? Was haben wir hier noch gebrauchen? Da oben ist auch so ein scheiß Scharfschütze. Können wir vielleicht mal killen. Wenn wir ganz kurz und mehr sind. Ist das noch ein Scharfschütze da oben? Eine Spur von ihr? Noch nicht. Aber sie kann nicht weit sein. Oh. Obwohl, wie sieht das ein Typ da liegt, ne? Er liegt. Was war das? Oh. Es ist nur ein Typ. Das ist auch ein Typ. Was ist denn das? Oh, das ist das Typ. Oh. Oh. Kann man doch unten von hinten aufräumen kurz. Höh. 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 Oh, ist ein Versuch wert, ja klar. Dann kriegt er auch einen Kopfschuss. Oh, ich muss die ganze Scheiße mal machen? Das ist ja nervig. Oh, der war volle, volles Rohr, gekillt worden. Oh, oh, das war dumm, na egal. Hier links gehen. Oh, hier im Gebüsch kann ich auch noch sein, okay. Was? Eine kleine Waffe erst im Wild. Oh. Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie in pick-up. Was mach ich denn da? Was? Was ist los? So, versuchen wir diesen Weg nochmal. So, versuchen wir diesen Weg zu bringen. Eine Spur von ihr? Noch nicht, aber sie kann nicht weit sein. Hey, ich bin hier! Mein Feld! Vorsicht, sie sind an uns dran! Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier… Oh! Gut, haben wir alle. Lass uns zum Auto gehen. Kann uns jedenfalls keine Abschiefe hier. Wohin soll ich? Siehst du einen Weg raus? Fluss abwärts. Bei den Fällen ist eine Öffnung. Komm nicht raus. Den längst du wahrscheinlich, ne? Yes. Wo wir genau hin sollen, weiß ich nicht, ob wir Pfeil nicht möchten. Wow, was sieht ihr denn auf zu geil? Der ist riesig. Und du alt. Und Devin ist dann wohl da oben. Dann nichts wie hoch. Ob der noch stabil ist? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Eine Frage hätte ich. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbereich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Rafe und Schorlein passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Tun sie das? Die wirken doch gut ausgerüstet. Schorlein war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgingen für sie. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Und war da hoch? Nee, Vorsicht! Oh, hier geht es anscheinend hoch. Ah, hier geht es auch hoch, okay. Ob er jetzt hier hoch zum Beispiel auch nicht, aber... meinen Weg sehe ich gerade nicht. Nee, hier ist er verkehrt hier. Wieder am Anfang. Die Fälle können wir nicht fahren, oder? Nein, nein. Ausstehen kann ich auch nicht. Nee. Ah, guck mal da. Da ist er. Dann kommen wir dem Wagen überall hin, ne? Einfach ein Multifahrzeug. So weit, so gut. Weiter flussaufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. So ein Pech aber auch. So alle haben Handys. Da geht das. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn befreit hat. Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er flieht. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcasa-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Was für eine verrückte Frucht. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Kann man das mal runterlassen, ne? Okay. Gucken wir mal, ob wir ihn runterbekommen. Das ist ein Schalter. Ach, das wäre jetzt so einfach. Wenn das jetzt mit dem Schalter funktioniert, wäre es natürlich top. Aber das kann ich mir bei Weitem nicht vorstellen. Natürlich. Ja, eben. Tja, entweder reparieren oder wir klettern daran hoch. Sehen wir uns das mal an. Können wir hier reingehen erst mal? Nein, natürlich nicht. Aber da können... Ah, okay. Oder auch mit dem Wagen noch mal ein bisschen. Zurück. Das werden wir wohl. So, bin ich mal spannend. Ja, das hat wohl nichts gebracht. Das Wasserrad steht schnell. Das hilft uns aber nicht. Na gut, versuchen wir etwas anderes. Das hilft schon. Muss mir jemand hochzetteln dann, aber naja, gut. Hm, ich muss die Frage, was wir hier machen können. Hier können wir auch was ran machen, dann können wir es kaputt reißen. Holen wir das mal. Oh Gott. Kann ich auch Ruhe springen, Appa? Stimmt, ne? Suchen wir es. Fertig. Zurück. Ich bin dran. Okay. Okay. Hey, Nate. Aus dem Weg. Jetzt ist der Balkon weg, aber was bringt uns das? Und jetzt? Jetzt komme ich hoch. Danke. Okay. Hier. Ach da, an diesem... Ah, okay. Huch. Das olle Seilpenter. Okay. Gut, dass diese praktischen Kisten immer überall rumstehen. Können wir hier wirklich... nichts Cooles haben. Ja? Ach nicht. Ich klettere höher. Auch deinen Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Okay. Jetzt geht's. Wollen wir hier mal rein? Du bist oben. Hat dir jemand Zweifel? Oh, warte mal. Ich halte das gerade an. Oh ja, das wäre super. Ich muss das Band aber darum machen. Finn? Okay, ich mach das. Okay. Wir sind so weit. Mein Mädchen. Ich mache jetzt die Winde los. Okay. Ich fahre das Auto, um aufzumachen. Sehr gut. Los geht's. Funktioniert. Einwandfrei. Mein Einwand... Nee, der Aufzug fährt. Komm her, schnell! Mist, ich komme! Schnell! Oh. Hallo. Hi. Ähm... Jetzt? Äh... Vielleicht sollte ich... Egal. Oh, nichts zu sehen. Hey! Pass auf! Bleib unten! Nimm das Auto als Deckung. Ich fasse unter den Zugang für. Nein, ihr Lieber! Komm! Na, gute Nacht! Ah! 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 Alles klar bei dir? Ja, alles klar. Aber das auch nicht. Komm her. Oh, was? Oh, fuck! Der Typ hat ja den Panzerfaust. Kommt mir so nebenbei. Habe ich nicht? Oh, fuck, Alter. Der ist aber echt schnell. Da muss ich aber echt schnell sein. Oh, komm schon. Ja, das war dumm. Das war dumm. Ich hätte gleich hier erstmal die Leute abschießen und dann... Oh, komm schon. Oh, komm schon. Alter, jetzt reicht es. Boah, fuck, alter. Boah, ne andere Waffe. Muss man ne goldene Waffe benutzen, ich hab. Wo ist der Typ, der mit der links kommt? Kommt doch einer mit so einer Panzerfaust, wo ist der? Der kommt grad nicht. Das ist aber komisch, bei dem war... Nate, der Aufzug steckt wieder fest. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Nate, spring zu den Klippen. Die Position ist besser. Okay. Okay. Oh. 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 Nicht auf, nicht auf! Nicht auf, nicht auf! Miss, miss, miss! Die Waffe hier ist aber noch besser die Waffe. Da drin ist ja ein leichtes Ziel. Eilung! Wo ist weiter denn? Wo komme ich denn hin? Achso, von der Rüben denke ich. Nein. Ah, da warte. Okay, sie kann sich selber helfen. Okay, sie kommt alleine. Sicher, du machst das doch gut. Nach all dem brauche ich eine Pause. Tja, definitiv verdient. Ich habe mir überlegt, diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. Wahrscheinlich ist gar nichts mehr da. Das kann natürlich sein. Der Schatz eigentlich nur die Stadt ist, ne? Es ist aber auch eine Gegend hier, wo wir durchfahren. Okay, jetzt wird es wirklich schief gehen. Da sind wir da runter. Moment. So, ich habe die Kontrolle wieder. Wir sind weiter. Ich habe dir doch nichts da lohnt. Ich habe nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Der Damm da. Fahren wir durch Schleusentor. Wollen wir mal kurz noch mal wieder reinkommen, ne? Gutes Schleusentor. Kurz umschauen. Was müssen wir denn gehen dafür? Ah, da. Klappt, glaube ich, ganz gut hier. Guck mal, dann machen wir die Schleusen auf. Oh, vielleicht kommt auch Wasser raus. Lass mal gucken. Ne, das ist runter. Und rücken! Das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuch das andere. Ah, warte. Das hätte man ahnen können. Stimmt. Aber wahrscheinlich geht das hier auch nicht. Gessen wir mal. Und hinter Tür Nummer zwei? Das ist aber nur viel Wasser. Mehr noch nicht. Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Alles gut. Braut hier. Oder rein hier. Oder lang hier. Egal. Der Weg ist das Ziel. Okay, da wollen wir schon an. Schwung führt, glaube ich. War einfach so rüber, kann ich schon mal. Ah, da haben wir keine Idee. Soll ich jetzt mal hochkommen, ne? Hä? Können wir nicht hoch, sonst fahr ich hier schon wieder aus. Die Powers. Das wird nicht. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier an diesem kurzen Anspruch nehmen, reicht das, glaube ich, nicht. Gut, jetzt nicht mal. Dann mal los. Verdammt, das war knapp. Fast knapp. Naja, warte. Wir müssen schneller sein. Nein, wir fahren da hinten hoch. Gute klappen. Also nämlich Steine. Und Steine mag das auch, ja? Oh, Leute. Festgefahren. Festgefahren. So, nochmal. So. Und jetzt? Wasser. Festhalten. Ach, wir schafft. Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Und wir sind oben. Wir müssen auch längs. Wie stehen die Chancen, dass der Aufzug geht? Ah, bis jetzt waren es zwei von zwei. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad. Ein gutes Zeichen. Ja. Die Frage. Wo ist denn der? Da ist der Farschberg. Lass mal gehen, äh, gehen. Das Wasserrad läuft, ja. Mann, ey. Mann, ey. Okay, wo wir können. Ja, wie denn? Das ist ja nicht auch, oder? Oder bin ich jetzt für das Beispiel? Äh, wo ist denn der Aufzug? Ich sehe ihn gar nicht. Ist doch der Aufzug da, oder nicht? Da können wir noch nichts reinfahren. Äh. Oder liegt die, was ich nicht sehe? Komm, wir müssen zu deinem Bruder. Ja, okay. Fahren wir das Auto in den Aufzug. Wann ist denn das? Das ist doch der Aufzug, da ist auch... Hey, lass doch nicht auf. Okay, muss noch auf. Wir müssen uns auch machen hier. Hey, kannst du mir helfen? Okay, so geht's natürlich auch. Oh, ich weiß. Ich halte's hoch. Hol den Wagen. Ah, ist das schlimm. Die doch nicht, oder? Okay, wenn das mal gut geht. Ich hatte auch Zugang, muss ich sagen. Wunderbar, die Geraden zu kriegen. Hm. Wunderschöne Latsch. Ich weiß gar nicht, weil einfach die Fahrschul-Arsch laut ist. So hast du deine Meinung geändert. Hm? Du siehst fest. Nichts, oder? Und weißt du doch gerade noch? Dieses E. Wie schlecht. Das sieht schon ganz geil aus hier, oder? Dieser Fahrschluss war extrem laut gewesen. Da kam es mir nur so vor. Nee, ich fand es extrem laut. Hier. Los, hilf mir mal. Klar. Vielleicht hätte sie ja diesmal dieses Ding fest, damit wir den Wagen rauskriegen. Damit zu schützen. Hast du kein Recht, mich so auszuschützen? Worum es auch gehen mag. Wir sollten darüber reden. Und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich. Es ist nur... Ich... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Oh. Nächster Halt. New Devon. Neal Druckmann, der die Geschichten hier zuschreibt. Und die Geschichten zu Last of Us 1 und 2. Und hier die ganzen Anschaltesang. Bei Naughty Dog. Also der ist echt ein cooler Geschichtenerzählung. Der könnte halt auch Regisseur werden können. Nebenbei ist der Regisseur bei... Nicht Regisseur, aber er hat das Drehbuch mitgeschrieben bei The Last of Us bei der Serie. Habe ich noch nicht gesehen. Aber wenn das so gut ist wie im Spiel, kann es eigentlich nicht schlecht sein. Wow. Oh, wir hätten nur noch einen Kreis fahren können. Mal was drehen. Wahrscheinlich diesen Weg hier, ne? Shoreline. Hey. Helena. Hey. Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Nach in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Dauern. Die werden wir wohl bald sehen. Geht euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme. Aber so weit, so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Lauf. Ist das okay? Wir versuchen es. Over und out. Okay, wir müssen über die Brücke rüber. Gut festhalten. Und festhalten. Ich kann doch nicht drehen hier und da nichts. Nate. Da, wir können die Felsen hochklettern. Okay. Oh. Oh, ne. Wasserfall! Wasserfall! Waaaah! Waaaah! Nein! Wir sind fast in Hollywood. Komm schon! Sooooh! Oh, das war auch ein Mercury-Strom. Alter, hab ich ein Glück. Puh! Hat auch einen Sock der Typ, ne? So viel zum Wagen. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich hab den Schwur gebrochen. Ich hab nichts gesagt, weil ich... Ich hatte Angst. Angst vorvor. Dich zu verlieren. Oh. Ich schätze, ich wollte... ...mich selbst schützen. Verstehst du? Ja. Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Nicht schlecht. Nach und nach werden wir beide... ...unser... ...unsere Ehe-Probleme hier in den Griff bekommen. Ne? Wie soll man sonst andere Ehe-Probleme in den Griff bekommen? Am besten bei einem daft... ...deftigen Abenteuer... ...wo es um Leben hoch wird. Ich brauche ja nicht helfen, die kann das. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja. Das wäre übel gewesen. Und da? Gute Idee. Also. Wie kommen wir da hoch? Hallo? Ja. Oder? Ja. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja. Wie leid. Jumpen! Okay, das war nicht so gut. Der Jump war... ...bescheiden. Und da hoch. Das sind die auch da hoch. Ach, die ist da hinten hoch. Was gefunden? Nein! Du? Noch nicht. Den Baum sind wir nicht hoch. Darüber kann ich mir vorstellen, aber den Sprung schafft hier gar nicht. Nee. Aber hier können wir hoch. Hm. Hier. Typulos. Oh, ganz allein hier? Hm. Wieder ein Zettel. Ich habe mich um Mitternacht von Eleanor und kleinen Abigail verabschiedet. Sie haben sich den anderen nicht verabschiedet. Ein Flüchtling an Bord der Swiftshire angeschlossen. Auf der Suche nach neuen Ufern. Ich bete, dass ich bald wieder bei Ihnen sein kann. Die Gründer haben wir alles genommen. Sie haben allen alles genommen. Das ist ein Gold, das ich beurteilen konnte, ist nur weg. Oder befindet sich hinter den hohen Mauern von New Devon. Wir werden es bald erfahren. Bei Sondergang holen wir uns rechtmäßiges Eigentum zurück. Sie konnten uns nicht am Schatzhaus aufhalten, also werden sie jetzt auch nicht tun. Mein liebster Eleanor, meine süße Abigail, sollte ich hier mein Leben lassen, sollte ich euch enttäuschen. Seid gewiss, dass ich nur unser Glück und unser Wohlstand im Sinn hatte. Vielleicht könnt ihr dieses Ziel selbst noch erreichen. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Okay, aber hier geht's nicht weiter. Aber hier vielleicht. Zumindest Winkel! Haha. Das sieht schon besser aus. Ich will nicht, dass die Kanten da schön weiß markiert sind für uns. Wir genau wissen, wo wir hin müssen. Hallo? Na, guck mal da. Oh, Verräter, Traitor. Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Also möchte man wirklich nicht sterben. In so einem Käfig drin einfach nur ein Verhungern. Das ist nicht so toll. Wir wollen nur uns den Weg irgendwo hin. Machen. Was ist der Weg? Da längst wahrscheinlich. Komm mit. Das sieht doch besser aus. Oh mein Gott. Okay, hier sieht es mal ganz übel aus. New Devon. Kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was? Die Siedler alle umzubringen? Nein. Sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopia. Um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch. Selbst für Piraten. Hier machen wir direkt einen Break. Am nächsten Mal weiter. Und gucken wir uns, was hier New Devon auf uns zukommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.